Dann kommen wir zu den Abstimmungen. Dann kommen wir zunächst zu § 92, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen 202954. Die Fraktion DIE LINKE hat darum gebeten, die Petition 55020 getrennt abzustimmen. Ich lasse daher zunächst über die Beschlussempfehlung 55020 abstimmen. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, AfD und FDP. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Die restliche Beschlussempfehlung zu Petitionen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Keiner. Dann ist das einstimmig. Hearst. Ich kann euch das nicht aufnehmen.